und willkommen zurück bei nightrider mit fallschirmen und springenden autos mit dabei die üblichen stelle ich jetzt einfach auch gar nicht alle vor und ja geht los ne ganz genau trage ich einen helm? ne ich trage keinen helm der helm wird eh abgenommen sobald es losgeht ich habe noch ein schönes blaues auge deswegen habe ich so eine große brille an dann will man endlich nicht mehr dass da immer alles verbautet du willst ja nur nicht dass man eine zu gekifften augen sieht wer steht hinter mir einfach mal stehen geblieben oder rückwärts gefahren oder was hat ja weil ich es nicht erwartet habe und ihm voll hinten reingesammelt bin ist er runtergefallen ich glaube ich bin zu tief jetzt schießt ja falsch richtig gut wenn er das das am start hast du runtergefallen ist das ist kann mir leid ich sollte hier eigentlich nur einmal ram geil es kommt wieder so was das denn todes höhle ich bin gerade über muss man muss man muss man ja auch so haus doch ich weiß nicht ob man da den fall schon braucht oder nicht ich habe in sicherheitshalber mal benutzt ich glaube schon eine minute hinter euch wer ewig weit rechts raus geflogen wenn ich den fall nicht genutzt hätte also im shadow was soll er denn was machst du hier immer für kapriolen war nicht gewollt ja ja hier sind da ich fahr rechts in spur doch 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 soll ich euch meinen geheimen trick verraten hier mein auto ist mein auto ist rot nachher vielleicht bin ich ein bisschen nähe bin ich zu tief ich höre ich schon gar nicht mehr auf der mini map wieso machst du so viel blödsinn bist du sicher warum verschlägt so schnell was war was war das denn hängen geblieben schon überschlagen jedes maß gleiche ach du scheiße das finde ich gut immer schön hier geben wir uns einfach ein bisschen gegenseitig windschatten zu war im endeffekt beide schneller ach du meine kacke das machst du alles gut okay achten wir mal drauf wo er wohl eben das geräusch gemacht hat das war ja ja aber du hast dir falsch um recht früh weg gemacht beim letzten sprung oder war mir nicht so sicher echt also ich glaube ich glaube ich bin schnell genug gewesen also ich war beim besten willen viel zu schnell okay ja also das war nicht knapp am letzten sprung deswegen bin ich auch so ganz kurz hinter euch erst wieder nach sie gekommen bin zumindest angekommen ich auch vielleicht war anfangen habe ich verkackt weil ich zwar mal versucht hat ohne fall schon darunter zu kommen zum nächsten punkt das nicht gerafft dass man da gehen sofort schon aufmachen soll das war so aus wenn man doch irgendwie durchkommt ich habe es auch sehr spät kommt aber noch ein custom rennen hinterher das war ein sturm aber diese sabotage taktik da direkt am start das war einfach nur ich dachte man wenn man hinter mir bist dann fahre ich doch einmal ein stück zurück zurück und dann geht es los dass der stormy dir von hinten rein fährt und du deswegen dann runter fällst das war nicht mein plan das war auch nicht verabsichtigt nee das glaube ich aber es geht auf dem playground und das punkt zu punkt ja wieder gefragt wird nehmen wir den pister wollen wir jetzt mal den nehmen wo ich noch nie gefahren bin diesen exakt x80 proto ja wo ist denn der es macht links ah cool okay oder weiter wie der sich fährt den hatten wir doch schon mal da war er eventuell nicht bei das ist ja nicht wirklich aber es ist definitiv eins der am schwersten zu fahren weil es sehr sehr leicht ist okay ich habe das schlecht für uns das ist für mich für mich sind alle fahrzeuge schlecht was hast du jetzt gesagt wer ist hinter mir er weiß ich bin hinterm sänder als einziger ich hoffe er bleibt nicht stehen naja das macht seine ja wirklich nicht da geht nach links nicht nach entschuldigung dachte es geht geradeaus irgendwie ich fand der fall ich habe nicht auf den nächsten punkt geachtet wo wäre es denn jetzt erster shadow ja mal ganz alles von noch ein ja ich wollte nach links aber ich konnte nicht weil ich sonst den shadow abgedrängt hätte und wieso drängst du den shadow da nicht ab weil der sender einfach eine nette person ist im gegensatz zu dir das ist was für ein schrecklicher mensch du bist meine ich versuche auch bei kontakt ja nichts kontakt zu fahren ich hätte was hast du gemacht ich wollte mal die kreuzung aus allen blickrichtungen zeigen soviel zum thema nette leute ja ich fasse mich jetzt ist wie das echt so ein becken er ist echt so ein becken welchen genannt wer ist ein becken der fjall oder der oder das dormi der stormi also jetzt nicht mehr davor tödlich beleidigt hat er mich ich glaube mittig und dem sender zahl ich das auch mit gleicher münze heim mit dem sch säger nein hecke weg freien fall da war jetzt kein einfluss wo ich auf lande oder nicht falsche richtung wird es bestimmt nicht sein der sender war so gut vor diesen grünen geschwindigkeitsstreifen gestanden dass ich nicht gesehen ab quer nein ich wieder hätte wie viel davon kommen denn noch ja das glaube ich ja man achtet ja einfach nicht auf das falsche richtung und bergte deswegen nicht hier sieht aber anders aus die farbe ist eingestellt am achten mal sieht es einfach anders aus natürlich nein 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 ich verkack setz nicht auch noch hier nein stelle du überholst mich nicht ich stürze auch gerade ab ach so das gehört dazu ach da unten ist das ziel wo ist das ziel was ist das ziel das ziel man sieht es nicht ich habe keine ahnung ob ich falsch schneller was ich mit zweiter ich war die ganze zeit letzter wie habe ich das gemacht ich habe mich ganz kurz vor dem ende gedreht das war nicht gut weil das ich hatte mich überholen und dann habe ich zurück gesetzt booyaka oder das war so eine würfelbewegung oder es heißt wichser es war eine würfelbewegung ja es war eine etwas kürzere folge und wir sehen uns dann beim nächsten mal mit dem letzten teil der playlist wieder